Herzlich Willkommen bei Immunkarte.de. Wir werden dich so schnell wie möglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Wenn du eine Apotheke bist, drücke bitte die Taste 1. Wenn du Fragen zur Immunkarte hast, drücke bitte die Taste 2. Solltest du keine Taste drücken, wirst du mit unserem Endverbraucherservice verbunden. Wir geben ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.